Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Lomo, bist du da? Ich will, dass er es sofort löscht. Es gibt drei Millionen Blocks in Deutschland. Und wie viele von denen du kennst, benutzen überhaupt Blocks? Es ist mir scheißegal, dass mein Privatleben... Mein Privatleben interessiert aber niemanden. Warum machst du es dir immer so schwer? Zeig du mir doch, wie es leicht geht. Hey, Dings! Du bist bei mir in Deutsch. Findest du, ich rede zu viel? Findest du mich langweilig? Sei vorsichtig. Ich habe gehört, sie legt sich nicht gern aufs Tücken fest. Lösch das sofort. Sie hat ein kleines Kunstwerk gesehen. Ich brauche Ihnen ja nicht zu sagen, was es für Konsequenzen haben kann. Ich glaube, Karl wollte Doro nicht verletzen. Er war einfach nur verliebt. Das Verunruhigende ist ja, dass wir gar nicht wissen können, wie er alles dieses Video gesehen hat. Das Beste, was jetzt passieren kann, ist, dass du so richtig auf die Schnauze fliegst. Was redest denn du da? Das ist keine Idee. Sag mal was. Mach mal die Irre, mach auf. Und euch wäre ich nichts. Und? Was dürfen wir das mal für dich tun? Führt mich. Führt mich nach rechts. Was er die Augen drückt. Unser Sohn hat das Video online gestellt. Das sind die Fakten. Ich schalte auf die Fakten. Warte raus, warte raus. Schön, warte geradeaus. Steine! Stopp, stopp. Ist doch witzig. Spielt eure gestörten Spiele ohne? Ich hau ab, oder ich hau dir aufs Maul. Haaab! Karl? Lass die Scheiße! Karl, was geht mit dir ab? Checkst du nicht, wo du bist, Mann? Ja, ich bin ganz wohl. Ach, jetzt wirst du nicht weiter.